jo moin moin leute und zwar bin ich jetzt auf dem weg zum ostkreuz flughafen schönefeld und wie ihr mir anseht bin ich total fertig ich habe gerade mal drei stunden oder so gepennt ja aber egal ich habe euch auch einen kleinen flock versprochen und er kommt jetzt so leute auf geht's richtung flughafen bin doch wie gesagt total müde habe nur drei stunden gepennt oder so aber scheiß drauf so 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 peace leute ich bin gelandet sehr schön sehr schön bin total kaputt wie gesagt immer noch und jetzt geht's dann zu meinem gespräch zum gutachten und ich fahrrad eine richtig gute rolltreppe flott flott so und wie gesagt ja ich glaube jetzt kurz zu meinem termin den habe ich um elf jetzt brauche ich müssen wir kurz eine s-bahn schnappen zum ich hoffe der heißt rosenheimer platz oder sowas flug war sehr angenehm wunderschön wunderschön ihr habt ja sicher auch die biller davor gesehen richtig geil also das wetter über den wolken sah richtig geil aus dieses mal sehr nice und ja wie gesagt jetzt suche ich mir eine s-bahn und man sieht sie spät an 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017